es ist auch wieder Einbahnstraße Oh Gott Holy fuck Ah, da geht's an, ach so Wo hab ich denn jetzt noch nicht? Das wär die Nächte Ne, mach mal hier Nochmal Da Aber wo fehlt denn jetzt noch? Da haben wir halt ein Haus vergessen Ja, pff Lauft halt mehr Na fuck, da ist ja einbahnstraße Oh Gott Damals wird er ein Haus vergessen, ja So, dann sind wir da drinnen, da drinnen, da drinnen Dann machen wir hier noch eine Ja, aber dann alles nehmen Kann ich hier links, ja, kann ich Dann fahr ich Die Einbahnstraße! Und dann noch Alles klar, machen wir die nächste Linie Linie 3 Ja, das geht dann von hier nach da Und startet da So, jetzt wird es kompliziert Jetzt weiß ich nicht mehr, wie es weitergeht So 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 Wieder zwischendrin was vergessen? Ne, ich glaub nicht Und so Dann da Dann da Dann da Dann warum ist da? Ach so Da 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 Okay, das ist echt kompliziert Da Ich glaub da Dann 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 da Da geht's glaub ich heim Oh, da seht hier noch kurz eine rein So Dann Dann auch auch führten das ganze zurück und sagt dann hier ist Ende 14 Stunden alles klar so diese Fahrt beginnen dann um 0 uhr 5 10 das kommt weg die nachtfahrten kommen auch weg und der berufsverkehr wir müssen gucken wie es bei der linie 1 da ist eine halbe stunde machen wir das hier auch machen wir das hier eine halbe stunde gut machen wir das aus so kaufen wir uns davon jetzt erstmal wie besteht denn 12 brauchen wir dann kaufen wir davon mal 10 davon 2 und davon 2 1 so oder waren schon 12 ich glaube die Strecke würde ziehen das ist ein beliebter das ist die 1 wo so beliebte ist das ist mit der 2 ich will eigentlich kein Schwein fahren okay alles klar das sind einige schon sehr sauer aber das ist natürlich nicht mein Problem ja transportieren sie sehen Leute ja ja okay oh ich gehe in zu tief an jetzt okay der überholt den jetzt das ist die linie 3d beginn der ist hier okay boah so eine riesen stadt das ist schon pfff einiges anders als nur hier diese zu teuer stadt was ja eigentlich komplett klein ist das ist es ist ohne scheiß es ist pfff ein großer Unterschied ah ja das ist ja nein das ist keine Landstraße so jetzt bin ich mal gespannt weil ich hab ja hier Leute da steht jetzt 0 warum stehen da jetzt 0 Leute 55% ok ok also der ist dahin gelaufen wahrscheinlich oh die sind jetzt alle gegangen weil sie sauer sind ja sorry bis halt mal der erste Bus loskommt und ja ja du weißt schon gell oh da sind jetzt auch schon welche verärgert hm gefällt mir eigentlich gar nicht so aber der 3er wird anscheinend auch schon beliebter wir fahren ja Busse im laufenden Band da es ist ja warte zu der Busse sogar losgefahren ihr steckt von da nach da wie dumm seid ihr was ist ja ne schaust ja nicht angeschlossen nicht angeschlossen bla 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 ja ich kann ja hier noch gucken wer an der ne das war's falsche ne das war's falsche ne nicht gucken ach hier verkehrsdichte die gruppe straße gibt es nicht straße beliebt netzabdeckung so lassen welche ohne also wie ihr seht das haben wir alles noch gar nicht und das haben wir schu... schule was mindestens zwei linien wüsste haben mich gar nix ok grünen die witz später ein richtiges verkehrshaus geben das kann ich euch jetzt schon sagen um das will einfach gar nix wie ist es hier aus kann man lassen dann will man sagen fügen wir mal diesen Bereich hier hin suchen das ist dann die Buslinie 3